Die Rechte ist kaputt gegangen, da war ein Sturm. Die haben wir repariert bisschen. Und ich glaube die linke, die war... Boah, Digga, ich dreh durch. Alter. Digga, wie geil ist das denn? Mitten im Ofen. Digga, hier würde ich erst sofort drin wohnen. Digga, das hat noch ein Dachfenster. Da würde ich mir so eine Glasfront reinbauen. Das habe ich auch schon mal gesehen. Was für Styler sind das hier? Und hier, Alter, die Tür ist ja winzig. Kann man da auch rein? Ja, aber ich glaube, das kann ich gar nicht laufen. Aber doch bisschen. Sieht aber auch gut aus. Ja. Junge, Alter. Gönnt euch wie... Digga, wo... Digga. Und das ist die Straße, die hier herfährt. Die sind wir gestern Abend gefahren. Ich dachte, die müssen mich verarschen. Die haben auch eigene Quellen. Das heißt, ihr braucht kein Trinkwasser. Echt? Wo sind die? Da oben. Kann man da hinlaufen? Lass hier bleiben und noch eine Jode bauen. Wir sind im Paradies. Geilste finde ich halt auch. Strom ist halt nicht allein, aber das eigene mit Quellen...